Eins, zwei, drei, vier, fünf. Bäm! Bäm! Ah, mein Bäm war schneller, oder? Ja, dafür war mein Bäm, aber glaube ich etwas lauter. Wer hat denn da jetzt gewonnen? Was gewinnt denn? Schneller oder lauter? Die Schwere der Beleidigung von Monsieur Strauss durch Monsieur Heine rechtfertigt nur ein Duell bis zum Tode. Sind beide Parteien damit einverstanden? Gut, die Wahl der Waffe obliegt Monsieur Heine. Monsieur Renard, um ganz ehrlich zu sein, dies ist mein allererstes Duell bis zum Tode und ich bräuchte eventuell ein klein bisschen Hilfe beim Ablauf. Oh ja, dem würde ich mich gerne anschließen. Ach, auch Ihr erstes Duell bis zum Tode? Nicht zu sagen, mein erstes Duell überhaupt. Ich hoffe, er voll ist. Genau, geht mir ganz genauso. Ach, guck mal eine an. Und ich dachte... Monsieur, ich möchte Sie an die Ernsthaftigkeit dieser Auseinandersetzung erinnern. Natürlich. Ah ja, klar. Entschuldigung. Also, es ist relativ simpel. Sie beide stehen Rücken an Rücken. Ich zähle fünf Schritte ab, Sie feuern. Sollte es zu keiner Fatalität kommen, wird neu geladen. Das Ganze wiederholt sich so lange, bis eine Partei der Tod ereilt. Genauso machen wir es. Bereit, Strauss? Bereiter geht's gar nicht. Nun denn. Eins. Zwei. Drei. Was war das denn? Ich habe doch gesagt, es wird erst bei fünf gefeuert. Ja, ja, schon klar. Nein, ich wollte nur schauen, wie schwergängig der Abzug bei dieser Pistole ist. Und ich muss sagen, er ist überhaupt nicht schwergängig. Toll. Oh, das kann ich aber bestätigen mit der Leichtgängigkeit. Das geht ja sowas von schnell los. Genau das sagt Ihre Frau auch immer. Heine. Die Schlinge. Das sind aber genau die Witze, deren Wegen wir heute Morgen geschehen. Meine Herren. Ich bitte Sie. Fertig. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Bäm. 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 Mein Bäm war schneller, oder? Ja, dafür war mein Bäm. Aber glaube ich etwas lauter. Wer hat denn da jetzt gewonnen? Was gewinnt denn? Schneller oder lauter? Zum allerletzten Mal. Bis fünf. Nicht bis vier. Und auch nicht bis zwei. Bis fünf. Danach umdrehen, zielen und abdrücken. Nicht Bäm rufen. Schießen. Bis einer tot ist. Kopri. Dankeschön. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sein Ton hat mir gar nicht gefallen. Ja, nee. Mir auch nicht. Sehr unschön. Ja. Naja. Das war's dann wohl nicht. Ja. Der rührt sich nicht mehr. Ja, dann. Ja, hat aber Spaß gemacht. Ja. Schönes Duell. Kommen Sie gut nach Hause. Ja, Sie auch, mein Lieber. Danke. Und schreiben Sie weiter so lustige Gedichte. Danke. Und Grüße an Ihre Frau. Na, na, na. Das ist super, Alter. 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 Das ist super, Alter.